Das ist eine Schule, weil wir zahlen aber kein Geld für die Schule und noch Kunstgeld. Die können auch mal Farben kaufen, die man auch nutzen kann und nicht die von 80 Jahren her. Der in den Mütter hat die Hausfarben benutzt. Ich glaube man muss ... ... geteilt ...